Halt die Fresse, ey! Der Peter. Maul, Alter! Boah, ist das geil, ey, die 1! Unglaublich! Das heißt, morgen ist der große Durchbruch von Nissebafis im WDR. Das wird total fett! Geil! Und übermorgen spielen wir dann das Konzert. Halt die Fresse, ey, der ist das geil! Ne, warte mal. Wir spielen ja morgen das Konzert. Das heißt, heute ist der große Durchbruch von Nissebafis im WDR um 21 Uhr. Und ich bin noch nicht mal vorbereitet. Fuck, als Maul! Das kann man keinen Fall war, herrn und valken. Karte latin. Durchbruch von Nissebafis im WDR. Versprach von Nissebafis im WDR. Beklar, besser als Jäger und Design. Caterina. Machen wir hier aber ein paar. Ehm, haben wir das hier gehaben jetzt? Den Fresh Nettling. Dann brauche ich noch Nudels mit Gerichter und Sweets. Und dann auf jeden Fall noch Geil, da ist es ja. Fett, Alter. Nisse wird berühmt. Halt die Fresse, ist das geil. Nisse im Fernsehen. Das ist der Durchbruch. Heimat. Sehr geil. Sounds like Heimat. Freitag, 21 Uhr. Erst um 9. Zu früh. Heute Abend um 9 auf WDR Sounds like Heimat. Und morgen um 20 Uhr Mannis Restaurant Barfuß und Backmatt live.